grüße besser interview with monster girls episode 9 der ist draußen der ist drehen ok ja es knackt alles gute alte arthritis ich werde alt auf jeden fall wow lange rede kurzer schwachsinn das ist eine episode wo man sagen kann wo sato all out ok oder unser biologie lehrer muss ich wirklich u hu warm anziehen momentan weil sato hat von ihrem mehr oder weniger ziehvater schrägstrich der beauftragte der sich über die ganzen demis stellen soll also weil er diese fast übergeordnete polizei ok das ist das büro für angelegenheiten aus demy humans angeht mit der sie in dem in dem haus hier mehr oder weniger fast schnell ein väterliches verhältnis und das ist das bringt er auch auf während seinen kurzen telefon gespräch während er sato unterbricht während ihrer anscheinend regulären sauf und herum lamentiererei bei sich zu hause oh man ich hoffe dass die frau nicht wirklich ein alkoholproblem entwickelt ihrer zeit man sieht auf jeden fall dass das jetzt an definitiv was für takahashi übrig hat auf jeden fall das ist das ist das was mir am meisten fasst dass das dass das die rausführen dass er eben nicht immun gegen ihre feromon ausdünstungen ist also dass das dass er nicht immun gegen ihre succubus fähigkeiten ist würde eigentlich ein bisschen sie also höh aufstrecken anscheinend da er sich ja anscheinend ganz gut wehren kann gegen ihre fähigkeiten von mäßig wie sie mehr oder weniger immer innerlich zusammensieht mehr oder weniger das 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 erfassen sie bekommt im vorschlag dass sie hey bist du ich ne wie einmal reagieren wenn du wirklich einmal in ein bisschen mehr die ihre reservierte art mal ablegt und dann ein bisschen mehr aggressiver in seine richtung arbeitet ist und das macht sie auch wenn sie mehr oder weniger den vorwand verwendet dass er mit ihr über dem humans reden würde das ganze interview halten würde mehr informationen darüber zu erfahren was dem humans angeht und sie wirklich sagen wir so du merkst dass sie nicht wirklich ahnung hat was sie machen soll okay wo es wiederum so viel frage alleine mit sato alleine könnte man eine eigene serie machen wie ist das leben wenn du mit so etwas leben muss dass du mehr oder weniger eine nukleare sexbombe bist wieder willen so mehr oder weniger ja allein das eine eigene serie fast fällig für so etwas also ich habe immer noch nicht genug informationen über ihre vergangenheit bekommst ein paar so kleine schnipsel nebenbei und ich hoffe dass ich habe mir jetzt den nächsten band des mangas bestellt dass man irgendwann vielleicht im manga noch ein paar kleine details noch mehr erfährt oder dass sie dann eben weiterführen irgendwann du hast doch zu wenige infos über alle anderen figuren hast du wesentlich mehr infos okay aber halt eben über sie nicht du hast ein bisschen was von der vergangenheit gesehen wie sie von einem schulkollegen mehr oder weniger attackiert wird mehr oder weniger und sich zudem bei ihnen sogar auch ihn noch gar nicht bloß stellt als das ist eine masochistischen aus kitzelten hat oder weniger bloß und eben dass anschein mit ihrer familie anschein schwierigkeiten gab weil sie eben ihren sozusagen ihre aufsichtsperson mehr oder weniger mehr als vaterfigur sieht als ihren eigenen vater also was ist hier passiert was für schwierigkeiten hat soziale was ist ihr auf ihre jahre jetzt eigentlich so vorgefallen und also das ist interessant dass sie sie ist nicht okay damit sie ist nicht eine person die darauf aus ist und das ist das interessante quasi es ist gegen ihre eigene einstellung sie will das nicht und alleine die situation in der sie gerade sich befindet mehr oder weniger dass sie jemanden gefunden hat für den sie etwas empfinden kann könnte weil sie sich so unsicher fühlt dass es mehr oder weniger nur seine reaktion auf ihre fähigkeiten hin agiert oder die rückzuführen ist in dem bereich ist bisher ein bisschen von mir ja rückzuführen ja passt ok schwere worte ich nix gut mit schweren worten sorry eigentlich nicht aber egal die situation ist so interessant weil du siehst quasi als sie einfach einfach einmal auf einmal ihr ihr ihre sportjacke auszieht melanchol und sind nur drunter ein ganz normales tank top an hat anscheinend ohne ph und sie ist mir aber ja vor ihm präsentiert sogar sie brille ab ha wow du siehst mir den gesichtsausdruck den sie noch hat so mehr oder weniger fuck und sie ist kommentiert also erschieß mich bitte bitte kill mich einfach und sage ja du merkst es dass ihr nicht gut gefällt aber die situation die sie jetzt damit erschaffen ist recht interessant weil du da kannst du damit 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 wirklich immer auf die auf die auf die grenzen seiner 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 situation führst du quasi ok kann er sowas auch so ja und nein am ende ist es quasi als sie den jacke ansieht ist es mehr oder weniger so quasi bomb dass der der meme ist jetzt schon mindestens zehntausend mal wo es ist also sie versehnt nicht mehr ihr dekolleté mehr so nach oben schiebt als sie die jacke zu machen will am ende und dann sie so und er wird hochrotem gesicht wegzuschauen versuchte oh 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 baseball baseball um an einem kalten tag um an einem kalten tag zum six der druck der braucht zum zum metallbohren hätte man dann keinen bohrer wahrscheinlich stanzwerk mäßig und seine erklärung ganz einfach dass ja wenn sie sich etwas legerer anziehen würde zum beispiel würde sie wahrscheinlich mehr aufwärts oder erregen aber halt eben das ist ein teil von ihr das ist nicht etwas was extra dazu kommt wenn frauen sich mehr oder weniger zurückhalten und dann etwas aufreizen das ist genau der selbe effekt beim zukunft ist es nur etwas extremer darauf muss man achten aber das ist das ist das ist nicht etwas das es deswegen falsch ist es ist nicht deswegen ein cheat code oder so etwas es gehört dazu du musst eben wissen wie du damit umgehst und das ist aber die erklärung und man bekommt nicht die ganze erklärung mit man bekommt ein bisschen gedankengang von ihr zu hören aber halt eben du siehst halt eben wie er auf mehr oder weniger die logische art drauf redet während die anderen mehr auf die emotionale art eingehen der nächste teilerin in der ganzen episode und ich rede schon viel zu lange das war auf jeden fall definitiv das highlight der episode okay während der rest wirklich sich mehr wie ein füller anfühlt in dem juck hier dann so quasi auf die idee kommt wie könnte ich meine fähigkeiten sinnvoll nutzen als wir es aktiv nutzen weil wir am anfang ist so dass ihre fähigkeiten mehr oder weniger nur auf negativen emotionen wird also dass das ist dieser kalte schweiß bei ihr gefriert zum beispiel und das tränen die emotional negativ dargebracht werden ebenfalls frieren das in negative emotionen bei ihr ihren kühlschrank modus aktiviert und so mehr oder weniger sie versuchen das künstlich irgendwie her zu erzeugen dass sie sagt okay ich könnte irgendwie versuchen kalte luft so zu erzeugen um leuten zu helfen wahrscheinlich um den klassenraum den klassenraum zu kühlen oder halt in das ganze irgendwie anders einzusetzen klingt logisch interessante idee eigentlich sogar so machen wir es machen wir sagen was wacke x-men quasi control your powers und die ganze die ganze geschichte ist eigentlich mehr oder weniger verbunden mit einem kurzen sport session wo mehr oder weniger du siehst yuki und hikari mehr oder weniger extrem quälend sich beim runden lauf dann irgendwann unterm baum sich antreffend herumhächeln weil sie beide nicht sehr gut mit sonnenlicht und mit hitze umgehen können aus verschiedenen und das auch zu einer diskussion in einem verlauf führt und das ist mehr oder weniger so eine etwas kleiner ist nur so ein slice of life teil vor allem wie sie versuchen sich abzukühlen im biologieraum weil es eben jetzt kurz vor der sommerpause ist und alles extrem aufgehäuft ist sie quasi wir erzählen uns geisterstorys und man ok macht lust vollkommen ab mit ihrer geisterstorys eines enthaupteten der witz ist irgendwie verloren wenn du quasi eine enthauptungshorror story erzählst wenn es ein du lang ist okay das kommentieren sie auch fehl epic fehl ist einfach so quasi du hast schon eine hauptete person was willst du darauf herauszuführen eine hauptete person bringt nix nutzlos sinnlos fertig und die die frage dann aufzubringen warum matschi immer noch einen sweater trägt obwohl es sommer ist ist wow dann ist wirklich eiskalt im zimmer weil die 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 geradeaus aus ok diese episode ist sehr brustlastig ok weil oh ja ja es ist schon etwas heißer weil ich fühle mich unkomfortabel wenn ich wenn ich keinen kann nichts etwas mehr anhaben dieser zeit okay warum sagen wir so die meisten japanischen schuluniformen haben den leichten das leichte problem dass sie aus stoff gemacht sind die wenn sie nass werden transparent sind man könnte jetzt sagen absichtlich und ja reguläre uniformen auch witzigerweise bin ich jetzt aber erst mal kurz nach vorne sind einfach so eine fetisch geschichte aus okay wir haben einfach noch billiges material für die schuluniformen das ist allgemein das ist allgemein so einfach weil wir stoff so macht das weiß nicht mehr stoff ist es ist klar und mehr oder weniger so sie mehr oder weniger erklären muss er quasi ihr ich muss mir sagen dass wir da sind weil bis hin zu viel sie und sie werden ihren pullover rot sind und also zum glück ist so gott ist so gott und besorgt freundlicherweise eis oder mädels heißes ok muss sagen natürlich aber nur so an der er nimmt sich so mehr oder weniger nicht wirklich lehrer mäßig es mehr so es wäre so schul kollege ok du siehst wenn man mal meine autorität rausblitzen versucht irgendwie weil es einfach anfangen ist ich hätte gerne so eine lehrer gehabt unsere lehrer waren scheiße großteils auch nicht alle aber die meisten ja kann ich morgen auf jeden fall hinterher wie gesagt sehr brust lustig sehr viel succubus action mehr oder weniger wenn ich hauptprotagonist musst leiden mit unbedingt im negativen sich aber leiden ja und ich bin ich bin echt gespannt weil die nächste episode nach der vorstellung ich jetzt gesehen habe ist näher bezogen auf matschi anscheinend und anscheinend mit der tat sie geht anscheinend auch die tatsache ein was zwischen wie ihr ihr kopf von ihrem körper getrennt sein soll ok bin gespannt weil anscheinend der titel ist ja quasi null hand durch bricht time and space anscheinend wenn ich den titel richtig verstanden habe ok das ist interessant sein wenn ich wieder sagt ich würde mir wesentlich mehr backstaller von den von den figuren haben aber wenn ich schon heute wieder das ist eben wenn die figuren in trans geschrieben sind wirst du mehr darüber erfahren und ich hoffe dass man das auch mehr erfährt in zukunft irgendwo noch hoffentlich in beiden anime form oder im manga wir werden sehen aber ich bin noch nicht so weit mit dem manga also sorry falls jemand mehr weiß sorry da ich nicht der online leser bin und mir sachen lieber selber kaufe und ich dadurch mehr über die sachen freue weil ich sie im regal stehen habe bin ich etwas hinten nach das stört mich aber nicht über eine ewig gestriger das ist auch kein problem für mich in dieser seite bis zum nächsten video und ho mama ich bin sehr gespannt wo sie damit hinwollen ist auf jeden fall sauermäßig unterholzung ok nicht nur wegen matschi und sato allgemein das ist sehr sehr unterholzung bis zum nächsten video ja ja der sommer kommt der kaffee bleibt warm